Hallo und herzlich willkommen bei den Klemmbaustein News, Folge 185 vom 22. Oktober 2024 und ich hatte schon zwei Kaffee. Wir reden über neue Set-Ankündigungen und Verfügbarkeiten, die Mox der Woche und ein paar Leseempfehlungen gibt es auch. Informationen werden wie immer präsentiert von ztw.de, der besten Quelle für Klemmbaustein-Informationen im deutschsprachigen Raum und wir haben da einen wichtigen Meilenstein erreicht, das heißt ich weiß nicht, ob es so wichtig ist, aber es sind tatsächlich jetzt über 21.000 Sets und da steigen wir auch gleich ein, da ist mich einiges dazugekommen in den letzten Tagen. Einmal hat Blubrixx angekündigt einen neuen Autotransporter, die 108632 von Matteo designt. Der Oschi wird 1695 Teile haben, ich gehe momentan standardmäßig wie bei allen Blubrixx-Specials davon aus, dass es keine Drucke haben wird, allerdings, so wie kann ich jetzt schon sagen, wir haben jetzt ein Blubrixx-Special mit zwei Drucken dabei, super interessant, da komme ich nachher nochmal dazu. Sei es drum, das gute Stück ist fast 45 cm lang, 13,5 hoch, 8,5 breit. Ich muss gerade mal gucken, wie viele Noppen sind das? Ja, der LKW müsste so 8 Noppen haben, die Autos sind aber, glaube ich, eher als 6-Noppen-Auto konzipiert, also eher ein bisschen kleiner, damit sie noch draufpassen. Aber ja, ich glaube, viel größer kann man da nicht machen. Die meisten Straßensysteme, die es im Klemmbaustein-Umfeld so gibt, dürften da sonst schon schlapp machen. Aber ja, es sind ganze vier Autos dabei, zusätzlich zum eigentlichen LKW, der ist natürlich ein bisschen von den Maßstäben her zusammengeschrumpft. Normalerweise passt da mehr als ein Auto zum Beispiel auf so einen Anhänger drauf, aber ich denke, das macht schon soweit Sinn. Es sind auch ganz coole Autos dabei, wir haben komplett Carp-Geolais, auch ganz interessant. Das eine, würde ich sagen, ist ein Porsche, ein Golf, aber den anderen beiden bin ich mir nicht ganz sicher. Der Rot-Weiße hat einen leichten Ferrari-Vibe, auf jeden Fall irgendein Mittelmotorauto. Und wie man hier sieht, gibt es auch eine Rampe, auf die man hochfahren kann. Wer also gerade so eine Szene in den Straßenzügen darstellen will, dürfte damit auch sehr viel Spaß haben. Wie immer ist das nur eine Ankündigung. Wir haben noch keine Information zum Preis. Und dann von Pascal Designed eine Baureihe der Deutschen Reichsbahn 1, 108630, 1347 Teile. Ich weiß gar nicht, Blubrixx hat schon einige Baureihe 1 gemacht, würde ich mal behaupten. 108630 ist dieses Set, ist knapp unter 50 cm lang, 10,5 hoch, 6,5 breit. Und ja, ist mal wieder ganz hübsch geworden. Das muss man echt sagen, das können die ja echt mittlerweile ganz gut. Also, das ist mittlerweile schon eine ganze Weile. Ich finde eigentlich die Blubrixx-Lokomotiven immer sehr hübsch. Und man muss natürlich sagen, trotzdem ist das hier noch überschaubar von der Komplexität und vom Teilaufwand. Insofern, ich glaube, das könnte ganz gut Spaß machen. Ich muss gerade hier mal gucken. Ja, es ist mir heute Morgen schon aufgefallen. Der Fix ist schon in Arbeit. Momentan zeigt die ZDB an, dass es eine Baureihe 3 ist. Das ist natürlich Quatsch. Das ist eine Baureihe 1. Aber keine Sorge, der richtige Kontext wird dann auch noch eingeblendet. Von Matteo Designed eine weitere Ankündigung. Baureihe 146. Das ist, oh Gott, wie heißt das noch? Trax, glaube ich, ist das System dahinter. Die 1.08629 ist es dann bei Blubrixx. 1.448 Teile. 42 Zentimeter lang. 11 hoch. 7,5 oder fast 8 breit. Das würde ich mal sagen, ist ein Acht-Noppen-Zug. Also schon ein ganz schöner Oschi. Aber wirkt dadurch natürlich auch, wie ich finde, ziemlich authentisch. Wir haben vorne auch entsprechend Platz für einen Lokführer. Wir können dann das Innenleben rausnehmen. Das finde ich ganz interessant. Bin mir nicht ganz sicher, warum sie das gemacht haben. Denn vermutlich ist die Idee, dass man sehr einfach ohne Umbau, in Anführungsstrichen, eine Motorisierung vielleicht nachrüsten kann. Dass man da die Akkubox drin positionieren kann. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, was da so der Vorteil davon ist, das Ding rausnehmen zu können. Die Schaltschränke, wenn man so will, etc. Aber ja, wer hier Lust hat auf eine elektrische Lokomotive. Ich meine, die hat die Deutsche Bahn damals eingeführt, um die, was sind das, Interregios, also diese Doppelstockzüge. Dafür werden die ja primär eingesetzt, bis 160 kmh. Ich meine, dafür sind die beschafft worden. Wie heißt nochmal diese Firma? Die hat Bombardier, oder? Wird das ausgesprochen? Bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Läuft bei Blubricks unter Bricks. Das ist ja die Blubricks Special Untermarke für Züge. Und dann haben wir noch ein Eisenbahnbahnhofszubehör angekündigt. Die 108630, 433 Teile. Und ja, das sind eine Reihe von Fahrzeugen, wie man sie gerne sieht, rund um den Bahnhof. Das ist jetzt hier relativ viel, so mal Infrastruktursachen, Baustelle, Putzgeräte, Maschinen. Und dann so ein Liftteil, mit dem man zum Beispiel Rollstuhlfahrern helfen kann, den Zug zu betreten oder zu verlassen. Und dann ist da aber auch noch ein Spirituosenautomat mit dabei, mit einem Wagen, der das versorgt. Also insofern vielleicht eine schöne Ergänzung für den modernen Bahnhof, vielleicht zusammen mit den Fahrkartenautomaten von Munich Bricks. Die, ich glaube, letzte Woche hatte ich drüber gesprochen, habe ich ein Review dazu gemacht. Also es gibt doch viele Möglichkeiten, heutzutage einen Bahnhof aufzubauen. Dann kommen wir zur Verfügbarkeit. Dann haben wir einmal den Clownfish. Der ist jetzt verfügbar. Also Clownfish und Anemone heißt das Set eigentlich. Ganz interessant, dass sie online nur Clownfish schreiben. Aber das können wir gleich mal korrigieren. Dann, also, was heißt, warte mal, ich weiß gar nicht, Clownfish, das ist jetzt hier nur der englische Titel. Auch Anemone wird im Englischen genau gleich geschrieben. Okay, dann machen wir das doch mal. Und nutzen hier unser Formular in der ZDW, um die Daten leicht zu korrigieren. Sei es drum, was korrekt ist, dass das Ding exakt 2600 Teile hat, 100 Euro gerade mal kostet, macht 3,8 Cent pro Teil. Da kann man echt nicht meckern. Das ist ein Blubricks Pro. Das heißt, wir haben nicht nur hier wie eine ganz hübsche Anleitung, sondern eben, hübsche Karton meine ich, sondern eben auch eine Papieranleitung anstelle von PDF. Da habe ich übrigens immer sehr unterschiedliche Sachen. Wir haben schon Leute gesagt, sie haben bei Blubricks nach einer digitalen Leitung gefragt, keine bekommen. Andere schreiben mir wiederum, wenn man bei Blubricks anfragt, kann man eine kriegen. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Ich kann dazu, ich selber habe das noch nicht ausprobiert, mich da bei denen im Support zu melden. Ist natürlich trotzdem sehr, sehr umständlich. Aber ja, prinzipiell sollte man Blubricks Pro schon eher auf Papieranleitung stehen. So, und dann kommen wir zum kommunalen Mehrzweckfahrzeug, auch bekannt als Mercedes-Benz Unimog 108-030. Das ist ein 1 zu 18 Modell. Ich habe schon von Leuten aus der Community gehört, die sehr begeistert sind von dem Ding. 977 Teile hat das Grundmodell, wird von Blubricks jetzt verkauft für 40 Euro, 4,1 Cent pro Teil, ist dafür verfügbar. Ankündigung war, oder ich habe das erste Mal darüber berichtet, im April. Und dann gibt es dazu eben einiges an Zusatzgeräten. Zum Beispiel hier die 108-033, Salzstreuer und Schneepflug. Wer jetzt das Ganze braucht, vielleicht für ein Winterdiorama. Das sind 377 Teile, für die Blubricks 15 Euro haben will, macht 4 Cent pro Teil. Und wer eher was haben will, Richtung vielleicht Sommer oder Bauhof oder so, kann auch einen Stapleraufsatz für das Ding kaufen. Inklusive zwei Paletten mit Zeug drauf, weiß nicht genau, was das sein soll. Fässer und das andere sind vielleicht so Säcke oder so. 108-067 und das sind dann 13 Euro für 309 Teile, macht 4,2 Cent pro Teil. Also alles zusammen, round about. Was waren das jetzt? 28 Euro und dann nochmal 40. Also knapp unter 70 Euro plus Versand, kriegt man das volle Paket. Ebenfalls verfügbar sind zwei Minifiguren-Pakete. Das dürfte viele Freunde von Kersel und Co. freuen. Das ist formal gesehen das Minifiguren-Paket Bärenfelsritter. Natürlich könnte man das auch für eine Blaustein einsetzen vom Maßstab her oder so. Passt das natürlich genauso. Also die 108-035, ich hatte damals schon drüber berichtet, da ist ein Pferd dabei. Acht Ritter sind dabei und ein bisschen Accessoires. Blubrixx will dafür 19 Euro haben. Ja, man könnte jetzt sagen, das sind 7,6 Cent pro Teil, aber ich glaube, die Teile stehen ja nicht im Vordergrund, sondern die Minifiguren. Bei acht Minifiguren sind es nicht viel mehr als zwei Euro pro Minifigur. Also ich würde sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das ziemlich gut. Gut, ja, ich persönlich bin, ich habe schon oft drüber gesprochen, nicht gerade ein großer Freund von der Blubrixx-Minifigur. Ich finde sie ehrlich gesagt, ja, Kiddycraft mag ich deutlich lieber und Lego auch. Aber wer diese Minifiguren mag, von der Drucksituation auch gar nicht mal so schlecht. Die haben teilweise Drucke sogar auf der Hose. Und es sind halt einfach Ritter für einen echt guten Preis. Also ich glaube, mein Lego ist auch ziemlich günstig geworden, was die Ritter-Kerste-Minifiguren angeht, weil sie es einfach sehr viel auch online haben über Pick a Brick etc. Und in Günzburg, also sprich im Legoland, konnte man extrem günstig die Teile kaufen. Aber ich glaube trotzdem, dass man hier noch einen Ticken günstiger unterwegs sein müsste. Plus, ich meine, nicht jeder hat die Chance, ins Legoland zu kommen. Und dann kommen wir zu dem Zivilisten-Paket noch dazu, die 108036. Apropos, habe ich gerade die Nummer erwähnt. Die Ritter waren die 108035. Das sind jetzt die Zivilisten, preislich ziemlich ähnlich. Auch hier wieder ein Pferd und acht Figuren. Das Pferd dürfte das Singbao-Pferd sein. Das sieht man immer auch an diesen zwei Noppen. Und dass man recht aggressive Kante in der Mitte hat, weil anders als das Lego-Pferd, das ja als fertiges Teil kommt. Und von Lego sozusagen so hergestellt wird und so auch gespritzt wird, ist bei Singbao, jedenfalls meine ich, war das zuletzt immer noch so, dass man das Pferd selber zusammensteckt. Aus Meeren oder so. Da hat man so zwei Halbschalen, die man da bekommt. Und dementsprechend, das sieht man dem Tier auch ganz gut an. Aber ja, ein Pferd, acht Minifiguren, ebenfalls 19 Euro. Dann verfügbar, wo wir gerade bei der Mittelalter-Ritter-Geschichte sind, das Gasthaus für die Burg Bärenfels, 108034. Das ist dann wiederum als Bluebricks Pro erschienen. Ich gehe deswegen davon aus, dass es auch wieder Go-Bricks-Teile sind. Das war zumindest nach meiner Erkenntnis bisher bei allen Bluebricks Pro Bärenfels-Sets der Fall. Während die Specials ja ganz normal aus Kunlong bestehen. Weswegen die Teile auch nicht perfekt farblich zueinander passen. Da haben sich schon einige bei mir in den Kommentaren darüber beschwert. Ich selber habe, habe ich von den Specials für Bärenfels? Ne, ich glaube, ich habe ja nur den Bergfried und die Grundburg gebaut. Sei es drum, das Gasthaus gibt es für 50 Euro. Bei 1038 Teilen, 4,8 Cent pro Teil. Ich finde, wenn es die Teile sind, wie ich vermute, dann kann man sich da auch nicht beschweren. Vier Minifiguren sind mit dabei. Nach meiner Erkenntnis aber kein Tier im Sinne Pferd oder so. Und man sieht das hier auf dem Bild ein bisschen besser als auf dem anderen. Das kann man halt vom Mauerwerk in die Bärenfels integrieren. Das ist hier die Idee. Hat ein sehr gut zugängliches Interieur, muss man wirklich sagen. Das ist vorbildmäßig. Finde ich richtig gut. Man könnte argumentieren, dass so aufklappbare Mechanismen vielleicht ein bisschen angenehmer sind. Auf der anderen Seite, wenn man Minifigurenzugriff will, dann sind, ja, so eine rausklappbare Rückwand ist dann teilweise auch ein bisschen fummelig. Gerade bei so einem kleinen Set. Insofern finde ich hier das Konzept, dass man zwei der Wände sehr einfach rausnehmen kann, finde ich da persönlich angenehmer. Gerade auch für die Bespielbarkeit für Kinder. Und dann kommen wir zu einer Kuriosität in Anführungsstrichen. Das hier ist auch ein Mittelalter-Set Blubricks. Das sie dann aber als Blubricks Pro bringen, gehört aber nicht zur Bärenfels. Ich gehe deswegen davon aus, dass es ein ganz normales Pro-Set ist. Sprich auch mit Singbao-Teilen und der Blubricks Pro-Singbao-typischen Anleitung, die ich persönlich ja nicht so besonders leiten kann. 2.099 Teile hat es auf jeden Fall. Und Blubricks will dafür 100 Euro haben, 4,8 Cent pro Teil. Ich habe im März schon darüber berichtet. Also das hat jetzt doch eine ganze Weile gedauert. Mir persönlich ist es ein Ticken zu simpel. Deswegen hatte ich jetzt auch nicht so viel Lust dazu, das zu bauen. Was ich allerdings gerade baue, gestern im Stream angefangen, die 107901. Und das ist eben hier auch genau der Punkt. Hier steht schon 2 Teile bedruckt. Ah, das wird hier nicht funktionieren. Okay, da habe ich noch ein leichtes Problem. Da muss ich nochmal rangehen. Der Link wird nicht funktionieren. Aber sei es drum. Es sind 2 bedruckte Fliesen da drin. Die eine ist, soweit ich das sagen kann, ein Bild. Wir haben es lange gestern im Stream diskutiert, was das sein soll. Wahrscheinlich ist es das U-Boot aus dem Leuchtturm des Astronomen oder aus einem der neuen Erweiterungen für den Leuchtturm. Das andere weiß ich gerade gar nicht, ob wir da gestern zu einer Konklusion gekommen sind. Aber sei es drum. 107901. Jetzt verfügbar 80 Euro, 4 Cent pro Teil. Das ist aber normal. Blubricks Special, Kuhn Long. Ja, da ist 4 Cent, bin ich immer der Meinung, sollte da schon das obere Ende langsam sein. Weil so doll sind die Teile nicht. Aber gut, wenn es euch interessiert. Morgen, also am Mittwoch, den, was ist es dann? Am 23. baue ich daran weiter. Was ich ebenfalls bauen werde, allerdings wahrscheinlich erst in 2, 3 Wochen. Das Set liegt aber schon hier bei mir vor. Ist der mittelalterliche Flusshafen 107671. Ebenfalls genau wie die Schreinerei vom Anton designt. 3.224 Teile, 130 Euro, 4 Cent pro Teil ebenfalls. Ich bin super gespannt drauf. Ich finde von den ganzen Bautechniken des Gebäudes super cool. Bin richtig gespannt, ob dieses Dach zerlegen, Obergeschoss zerlegen hier funktioniert. Das ist sehr kleinteilig. Und mit dem Material, und der Anton geht ja auch gerne mal ein bisschen auf Kante genäht, was die Konstruktion angeht. Also ich bin sehr gespannt, ob das so funktioniert. Ich habe so den Verdacht, das zerbröselt einen, wenn man es versucht, das so auseinanderzunehmen, wie es hier steht. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Und ich finde optisch sehr, sehr cool. Was mir persönlich ja nicht so gefällt, ich hatte es damals schon in der Ankündigung gesagt, das Wasser, das könnte definitiv mehr Fliesen gebrauchen. Ist aber natürlich etwas, was man sehr leicht selber nachrüsten kann. Einmal die Trans-Black-Fliesen gab es auch mal bei Lego Pick a Brick im Lego Store. Da habe ich mal einen Riesenberg mitgenommen. Aber ja, das kann man natürlich selber nachfließen. Die Fliesen kriegt man bei Blue Brick selber als Partpack mit Sicherheit. Aber eben auch bei Lego Pick a Brick online kriegt man das sicherlich auch. Aber ja, insgesamt bin ich sehr gespannt da drauf. So, dann sind wir auch durch mit Blue Bricks und kommen wir dann zu Kada. Da haben wir einen neuen Rennwagen. Das ist wahrscheinlich der GT40 Ford, oder? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die Werbeaufkleber haben hier sicherlich mit Surpass eine Bedeutung. Insofern, ich bin da gerade überfragt. So oder so ist das ein Set ohne Lizenz. Die 51076 von Kada ist momentan auch nur bei Kada direkt verfügbar. 34 Dollar, 12,8 Cent pro Teil. Puh, und wenn das hier auch noch Sticker sind, das weiß ich natürlich nicht. Das könnten auch Drucke sein. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Dann fände ich das sehr, sehr heftig. Also da muss man vielleicht nochmal warten, bis das gute Stück dann auch breiter in den Handel kommt. Cool aussehen tut es auf jeden Fall. Ach, okay, das ist elektrisch. Das macht jetzt total Sinn. Also ich nehme alles zurück. Dann ist der Preis natürlich völlig angemessen. Und wir korrigieren gleich auch hier viele Daten in der ZDB. Apropos, wenn ihr auch mal solche Datenfehler seht oder einfach fehlende Daten. Bauschritte, Bauabschnitte. Wie viele Sticker sind drin? Wie viele Drucke sind drin? Ganz oft habe ich die Daten nicht. Bin da auf eure Hilfe angewiesen. Ich kann nicht über 20.000 Sets selber bauen. Insofern einfach immer in der jeweiligen ZDB-Seite. Das müsste auch auf dem Smartphone ganz gut funktionieren. Ich glaube, jemand hat mir mal geschrieben, Android, Opera. Da gab es so Kombinationen, wo es Schwierigkeiten gibt. Aber sei es drum, fehlende oder fehlerhafte Daten einfach auf den Link klicken. Man braucht halt einen Account in der ZDB, das aber leicht einzurichten. Und dann könnt ihr das zuschicken und dann profitiert auch die Community davon. Wir gehen auf jeden Fall jetzt weiter zu Kobi, zur G55 Centauro. Ein Fiat-Flugzeug, die 5867 von Kobi. Das ist ein 1 zu 48 Modell und kann aktuell schon vorbestellt werden. Sowohl Brickmo als auch bei Fuchs. Da liegt es bei knapp über 20 Euro. Kobi selber listet das 1 für 25. Blubricks wie immer. Wenn die es in Ankündigung nehmen, wissen wir noch keinen Preis. Aber die werden es auch kriegen. Und ja, ich weiß sehr wenig über das Flugzeug. Ich habe es jetzt ehrlicherweise auch nicht nachrecherchiert. 192 Teile auf jeden Fall. Das wissen wir. Und wie man hier sieht, ein paar mehr Bilder. Ich werde gucken, dass ich da auch nochmal Kontext, das was ihr vorhin bei der Baureihe 1 gesehen habt, dass ich das auch nochmal für das Ding hier nachliefer. Und dann könnt ihr das nochmal nachschlagen, was das genau ist. 20 cm Flügelspannweite, 9 hoch. Ne, bin mir gerade nicht ganz sicher, was das hier bedeutet. Ich glaube, die Länge von 9 cm kann fast nicht sein, oder? Ja, das muss ich nochmal bei Kobi nachsehen. Aber das kommt mir falsch vor von der Größe. Dann gehen wir zu Funhole. Ich habe schon lange rumgeteasert zu dem Set im Stream. Die Skilodge. Ich habe die tatsächlich schon rezensiert. Kanal Abonnenten können das Review schon sehen. Für alle anderen gibt es das Freitagabend. Apropos, wo wir gerade dabei sind, ist vielleicht schon am letzten Wochenende aufgefallen. Ich starte gerade ein Experiment. Und zwar ändere ich ein bisschen die Veröffentlichungszeiten. Bisher habe ich ja meine Reviews immer Samstag und Sonntagmorgen jeweils um 10. Wir haben das jetzt mal umgestellt auf Freitagabend 19 Uhr und Sonntagabend 19 Uhr. Dadurch strecken wir das ein bisschen mehr, dass die Woche sozusagen ein bisschen abgedeckt ist mit frischen Reviews. Das werde ich jetzt mal so zwei, drei Monate machen und dann am Ende gucken, wie gut das ankommt. Und insofern da nicht wundern. Und diesen Freitag um 19 Uhr soll dann hier das Review zu dem Set kommen. Ich kann so viel jetzt schon sagen, auch um das Review mal ein bisschen anzuteasern. Phänomenal gutes Set. Bin ziemlich begeistert. Es ist nicht ohne Fehl und Tadel, aber alles in allem, wie ich finde, sehr schön. Auf diesem Foto hier sieht man hier aus meiner Sicht die zwei Hauptschwächen des Sets. Von hinten sieht es echt aus wie Grütze. Ich meine, immerhin muss man sagen, es gab ja Zeiten, hat Phanol hinten gar keine Rückwände reingemacht. Insofern, es ist schon besser. Aber es ist eben nicht so gut wie die Hunting Lodge, die ja rundum gut aussieht. Das ist hier eben wieder nicht so. Das ist ein Set, das platt an die Wand gehört. Und was ihr dann eben auch seht, hier links diese sechs Noppen. Das ist, wo der Batteriekasten dran soll. Also was das angeht, Fortschritte, die Phanol in den letzten Monaten oder in den letzten Sets ja schon durchaus gemacht hat. Dass die Elektrik besser versteckt ist, dass der Batteriekasten irgendwo versteckt wird. Dass sie kleinere Batteriekasten machen, die sie eben auch in dem Set verbauen können. Oder auch die Geschichten, die wir jetzt in dem Modular gesehen haben, in diesem Antiquitätenladen. Dass wir dann so eine kleine Box drin haben mit An-Ausschalter und mit USB-C-Anschluss. All das fehlt hier wieder. Bin mir nicht ganz sicher, wie das bei Phanol funktioniert. Allerdings, was ich sagen kann ist, das zeigen auch hier die Bilder ein bisschen. Denn es sind komplett Drucke. Es sind wir hier. Das ist jetzt sehr schön hier auf diesem Bild zu erkennen. Immer dann, wenn es mehrfarbig wird, sind es UV-Direktdrucke. Die Bilder hier zeigen ganz gut, was da die Problematik ist. Die sind halt relativ schwammig. Also dieses She-Lodge-Gästhaus. Während unten dieses Contact mit dem kleinen Rechtschreibfehler drin. Das ist halt ein Tampondruck. Das sieht man halt. Also wenn es nur eine Farbe ist, dann machen sie Tampondruck. Wenn es mehrfarbig ist, dann UV-Direktdruck. Der Hintergrund da ist natürlich oft... UV-Direktdruck ist dann halt oft einfacher und billiger auch zu machen. Tampondruck ist ja so, dass man für jede Farbe quasi einen Stempelvorgang mit dem Tampon machen muss. Und das heißt, wenn man jetzt vier Farben in dem Druck hat, dann braucht man halt vier Druckplatten und vier Druckvorgänge. Und die müssen halt auch perfekt aufeinander ausgerichtet sein. Was, denke ich, eine der großen Herausforderungen ist. Und dementsprechend ist das vergleichsweise aufwendig. Das macht momentan Pantasy so, aber eben auf Funhole, dass sie dann immer noch auf UV-Direktdruck ausweichen, weil sie vielleicht einfach die Technik noch nicht da haben oder die Kosten noch scheuen. Vielleicht auch bei ihren Stückzahlen keinen Sinn macht. So oder so, ich habe gezählt 29 Drucke, hatte sehr viel Spaß mit dem Set. Wie immer gilt, der eigentlich beste Weg, Funhole-Sets zu kaufen, ist über den ihren Amazon-Store. Und da ist, glaube ich, aktuell auch noch so ein 20%-Rabattgutschein, den man da kriegen kann. Insofern, das ist wahrscheinlich noch der Weg der Wahl. Aber denkt dran, Funhole ist eigentlich bei allen großen Angebotsaktionen immer mit an Bord. Und wir haben demnächst Black Friday, also es macht vielleicht Sinn, noch drei, vier Tage zu warten. Ich persönlich bin allerdings der Meinung, dass es eines der stärksten Sets von Funhole in diesem Jahr ist, weil es einfach optisch super gelungen ist, bis auf diese Rückfahrt-Elektrik-Geschichte. Richtig, richtig gut. Aber wie man sieht, ich habe meine Bewertung noch nicht abgegeben, habe mich noch nicht final entschieden. Dann kommen wir zu Lego, die haben angekündigt eins der neun großen Marvel-Gebäude, wenn man so will. Also neben dem Avengers-Tower, dem Daily Bugle und dem Sanktum Samtorum ist das jetzt das vierte dieser Sets. Und das ist die X-Men X-Mansion, die 76294. Und ja, das Ding hat 3.093 Teile, wird am 1. November bekommen. Das ist wieder dann das Übliche bei Lego, bei den großen Sets, Insiders, also sprich man hat einen Online-Account eingerichtet. Dann kann man das am 1. November kriegen. Übrigens, obwohl, also es war am Anfang so, dass das nur online ging. Mittlerweile werden die auch im Lego-Store einfach verkauft. Das Einzige ist, die wollen dann halt diese Insiders-Nummer oder ID haben. Gibt es als, was weiß ich, auf dem Handy oder so, kann man das denen ja relativ einfach vorzeigen. Und dann geben die einem das Set mit, aber steht sogar teilweise ganz normal im Regal. Also das ist mittlerweile alles ein bisschen eine Farce. Aber das ist halt Legos Weg, die Leute irgendwie dazu zu bringen, sich diesen Online-Account einzurichten. Warum auch immer sie das gerne wollen. Aber sei es drum, die 76294 hat neben diesen 3.093 Teilen auch noch 10 Minifiguren. Und die ZDB geht momentan von 46 Stickern aus. Bin mal gespannt, ob das wirklich so stimmt. Aber ja, es ist ein ziemliches Sticker, Eldorado. Die Minifiguren sind, glaube ich, ganz cool, wenn man auf X-Men steht. Ich persönlich vermute mal, das ist ja nicht das Gebäude aus Marvel Cinematic oder aus dem X-Men Filmen. Das war ja eher ein beige-hell-graues Schloss. Deswegen vermute ich mal, dass das X-Menschen aus den Comics ist. Aber gestern hat mir jedenfalls im Stream jemand geschrieben, er ist Riesenfan der Comics und ist von diesem Set nicht angetan. Insofern, ich kann das nicht so beurteilen. Ich persönlich finde auch, das Ding ist zwar ultramodular, was witzig ist, sprich, man kann einen Berg an Szenen darstellen, vermute ich mal. Oder auch sich bekannte Szenen anschauen. Aber wie gesagt, man sieht es auch hier auf den Bildern. Es ist ein Riesen-Sticker, Eldorado. Also ich glaube, daran wird auch entscheiden, ob man auf das Set Bock hat. Die Minifiguren finde ich auf jeden Fall cool. Das ist auf jeden Fall nicht Cinematic, sondern das ist halt ursprüngliche Bücher. Das sieht man schön an den Farben der ganzen Anzüge. Das hat natürlich mit dem Cinematic Universe nicht so viel zu tun. Das Gebäude an sich finde ich eigentlich auch ganz nett. Aber insgesamt, und das war auch schon damals beim Sunbloom so ein bisschen mein Problem, dadurch, dass da eine Lizenz drin ist, ist es halt als Gebäude vielleicht ein bisschen klein und dürr und vor allen Dingen extrem Sticker-lastig. So oder so, Lego wird es verkaufen für 330 Euro. Und das Ganze beginnt dann am 1. September. Dann kommen wir zu Lotz. Da haben wir zwei kleine Sets aufgetaucht. Hier bei meinem Partner Bausteinreich im deutschsprachigen Raum. Aber ich glaube, Amazon konnte man es auch sehen. Ich vermute mal, das sollen zwei Sets sein, die sich auf Sean das Schaf beziehen. Sind aber, würde ich mal behaupten, relativ neutral. Also auch wenn man jetzt mit Sean dem Schaf nicht so viel anfangen kann, würde ich sagen, funktionieren die Sets sehr, sehr gut. Da haben wir einmal Korgi als Hund in der Hütte für 15 Euro. Anzahl Teile ist jetzt leider aus diesen leicht schwammigen Bildern nicht ganz rauszulesen. Müsste ich nochmal nachtragen. Und dann gibt es ein Schaf im Stall. Ich finde, anhand dieses Bild ist vor allem beim Hund, hätte ich es gar nicht geblickt. Aber durch das Schaf bin ich mir relativ sicher, dass das Sean das Schaf sein soll. Das ist eigentlich schon so ein bisschen der Designstil. 15 Euro auch für dieses Set. Und dort sieht man gerade 561 Teile. Auf dem Bild kann man das ein bisschen besser erkennen. Preis pro Teil, könnt ihr ihn ungefähr selber ausrechnen. Ist jetzt nicht so teuer. Und dann kommen wir zu Morg. Da haben wir ziemlich viel neue Sets. Da haben wir einmal Richtung Ostern schon, als Ostervorbereitung. Einmal von Blubrix in dem Fall angekündigt, dass sie es reinkriegen werden. Das nennt sich 12 in 1. Bin mir nicht ganz sicher, ob das 12 in 1 ist im Sinne, man kann es umbauen. Oder einfach nur 12 Sachen sind da mit dabei. Bin mir nicht ganz 100% sicher. Auf jeden Fall wird das Set 630 Teile haben. Ist als Kinderset konzipiert. Ab 6 Jahre. Und wie man hier schon sieht, ich glaube die Idee soll sein, dass man eben ein so ein großes Set draus bauen kann. Also alles zusammen, kompakt. Oder eben diese ganzen Einzelgeschichten. Und dazu passend gibt es auch die Easter Farm Party. Das dann als 3 in 1 Set konzipiert ist. Und wie man hier gerade sieht, auch eine Beleuchtung dabei hat. Ah, okay, den Change Request dafür habe ich schon fertig gemacht. Und ja, auch hier wieder eigentlich ganz witzig gemacht. Da es Mork ist, gehe ich davon aus, dass da keine Sticker dabei sind. Typischerweise sind das immer alles Drucke bei dem Hersteller. Werden sinkbar Urteile sein. Davon kann man ausgehen. Und ja, ein ziemlicher Berg auch an kleinen Bunnies und Hühnern und Zeugs dabei. Eigentlich ganz witzig. Und dann haben sie zwei Drachen angekündigt. Einmal den Fire Dragon, die 33022. Auch hier wieder bei Blubrixx das erste Mal gelistet. Blubrixx ist bei Mork. Die sind ja doch recht eng verbandelt mit dem ganzen Konglomerat rund um Singbau. Deswegen haben die das immer sehr früh. Das war bei Urge früher auch schon immer so. Und können das hier entsprechend ankündigen. Und ja, da ist die 2 in 1 Idee halt, dass wir den Drachen einmal auf den Boden setzen können. Oder so in die Luft heben können. Mit richtig vielen Transclear-Teilen. Das ist erstaunlich, dass das so funktioniert. Das kann man sich irgendwie gefühlt gar nicht vorstellen. Aber ja, ich finde es eigentlich einen recht coolen Drachen. Also rein vom Klembau-Stein-Design finde ich den eigentlich ganz witzig. Die Stoffteile sehen auf jeden Fall sehr cool aus. Auch ganz nett bedruckt aus. Man sieht es leider nur von der Unterseite. Und dann wird es noch die 33021 geben. Das ist dann der Ice Dragon. Das ist mehr oder weniger exakt das gleiche Set. Nur, dass die Farben anders sind. Und unten, ich sage mal, das aufgespritzte in Anführungsstrichen oder explodierende, ich weiß nicht, ob man es nennen soll, das wirkt hier ein bisschen anders. Aber mehr oder weniger ist das eigentlich ein sehr, sehr ähnliches Set. Nur eben alles in Blau. Und auch hier wieder die Stoffteile der Flügel. Ist die Frage, sieht das dann in echt? Ich vermute, weil das sind schon Fotos hier, glaube ich. Das sind keine Ränderbilder. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Dann kommen wir zu Mold King. Da haben wir den IE oder Apollo IE 2.1 zu 10 elektrifizierte Modelle. Die 13155 einmal und dann die 13156. Soweit ich das sagen kann, ist es das identische Auto, nur in einem anderen Farbschema. Und wie ich schon sagte, komplett mit einer Motorisierung. Wie üblich bei Mold King heißt das, wir haben eine Fernbedienung und können aber auch über Smartphones steuern. Und ich glaube, so viel mehr gibt es auch nicht zu sagen. Ich habe auch keine so hochauflösenden Bilder, leider. Aber sehen eigentlich ganz cool aus, die Dinger. Wie so oft, weiß ich mal wieder nicht, was das für ein Auto sein soll. Ich kenne mich halt echt nicht gut aus damit. Aber was ich sagen kann, ist, dass obwohl es nur in Anführungsstrichen 1670 Teile hat, sind die Sets relativ groß. 47 cm lang, 20,5 breit, 12,5 hoch. Das sind schon ganz schöne Oschis und dann, wie gesagt, elektrifiziert. Können aktuell erworben werden, in dem Falle bausteinreich, aber auch bei Amazon so für um die 100 Euro. Das sind keine ganz neuen Sets, soweit ich das sagen kann, aber neu in der ZTB. Was relativ neu ist, ist wohl der Blower. Die 13191. Ah, Gott. Ich wusste mal, was das für ein Auto ist. Ist das ein Bentley? Oh je, da müssen mir auch die Auto-Enthusiasten mal wieder auf die Sprünge helfen. Ich weiß gerade wirklich nicht mehr. Ich kenne das Auto eigentlich nur aus dem Werner-Film. Aber ja, wer allgemein auf das Auto steht oder auf den Werner-Film steht, sollte richtig viel Spaß damit haben. Sehr detailliertes Technikmodell. Sehr cooler Motor. Wenn ich die Renderbilder hier richtig interpretiere, ist da ordentlich Chrom drin verbaut. Gut, das ist interessant. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich beim Mold King schon mal Chrom hatte. Da bin ich super gespannt auf die Qualität. Eigentlich ein ganz cooles Modell. Ist auch riesig groß. Ihr seht das hier, 70 cm lang. 27 breit, 25 hoch. Und es ist elektrifiziert. Also, ja, bin ich mal gespannt, wie gut das mit dem Fahren funktioniert. Sehr gespannt bin ich auch auf die Reifen. Aber ich glaube, dass die so einen glänzigen Look haben, wo man fast denken könnte, diesen Brick-Bild liegt hier, glaube ich, nur an dem Renderbild. Spannend aus meiner Sicht hier, wie gut ist Mold King Chrom in den Quantitäten. Wer weiß, wenn es die Kaderqualität hat, wäre es natürlich cool. Und dann haben wir mal wieder ein Firas Abu Yaba-Design, wo ich eigentlich die Bilder sehr matschig sind, die ich hier nur zur Verfügung habe. Die 10035, Formel 1 Race Car, 1.603 Teile. Ist, soweit ich das sagen kann, nicht elektrifiziert. Und nach meiner Kette ist ein Firas Abu Yaba-Entwurf. Auch, glaube ich, kein ganz neues Set. Aber auf jeden Fall neu in der ZTB, 37,5 cm lang, 16,8 cm breit, 8,8 cm hoch. Und ja, ist ein Formel 1-Auto mit allem drum und dran. Kann erworben werden, bausteinreich. Verkauft es aktuell für 75 Euro, macht 4,7 Cent pro Teil. Apropos, war ich euch gerade bei dem Blower noch einen Preis schuldig geblieben. Das Ding kriegt ihr günstigsten hier aktuell bei Weir von meinen Partnern ab 170 Euro. 4,5 Cent pro Teil, kann man echt nicht meckern. Das ist halt echt ein riesen Oschi, mein lieber Scholli. So, und dann kommen wir, last but not least, beim Mold King, das Skiresort. Die 1.0158. Das Ding ist motorisiert. Ich persönlich kapiere nicht ganz, wie es funktioniert. Ähm, nee, ich kapiere wirklich nicht, wie es funktioniert. Also, wenn ich das hier richtig sehe. Also, erst einmal, das Set hat 2.181 Teile und ist, wie man hier sehen kann, ziemlicher Oschi auch. 37 cm mal 25 roundabout. Und ja, soll eine Skipiste sein. Hat natürlich aufgrund dieses quadratischen Daseins so ein bisschen das Flavor einer Skihalle. Wobei die ja drauf nicht Skifahren, sondern das sind eher so Schlitten. Und auf den Schlitten sitzen geprägte Figuren. So weit, so gut. So, jetzt ist das Ding motorisiert mit einem Motor. Hat also einen leichten Förderband-Vibe. Jetzt bin mir nicht ganz sicher, was ist hier der Witz. Also, man könnte jetzt wahrscheinlich, so ist ja auch von der Animation hier oder von dem Bild so ein bisschen angedeutet, dass die Dinger runterflitzen sollen. Und vielleicht, weil sie es aufgrund ihrer eigenen Schwerkraft nicht schaffen, weil der Winkel nicht steil genug ist, hilft sozusagen dieses Fließband oder Förderband, hilft danach, die Dinger runter zu befördern. Aber alles in allem, ich weiß nicht. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr so denkt. Aber für mich wirkt das ein bisschen sinnlos. Also, im Vergleich zu, was weiß ich, zum Beispiel J.K. Brickworks, dem bekannten Skientwurf, wo ja ein technischer Mechanismus ist, dass Skifahrer sozusagen hochgeliftet werden automatisch und dann von alleine wieder runterfahren, dann sozusagen in so einem Loop immer wieder hochgefahren werden. Das macht für mich total Sinn, das finde ich cool. Aber das hier, dass die Dinger halt einfach da so runterbefördert werden, finde ich ein bisschen merkwürdig. Man sieht eigentlich auch, was hier die Elektrik auch kann. Ah, das kann natürlich auch sein. Wobei dieses Förderband, ich glaube, das ist relativ offensichtlich, dass das der Fall ist. Außerdem, man sieht das da hinten, kann das ganze Ding noch im Winkel verstellt werden. Ebenfalls über Technik. Also, ja, keine Ahnung. Ich bin noch ein bisschen überfragt, was genau hier passiert. Also, auf jeden Fall bewegt sich dieses Förderband. Ich kann wiederum aber auch nicht Technik erkennen, dass das Förderband an den Motor angeschlossen ist. Also, ich weiß es auch nicht so genau. Ich werde nicht schlau aus dem Set. Ich werde es aber wahrscheinlich auch nicht bauen. Bin aber sehr gespannt, wenn es jemand aus der Community baut. Lasst uns wissen im Discord, im Moldking-Kanal, wie das Ding funktioniert, was es kann und ob das Spaß macht vor allem. So, dann kommen wir zu TGL. Da haben wir die, beziehungsweise Gao Misi, eine Untermarke von TGL, die 2108. Da haben wir da erstmal den Campervan. Das ist so ein Minifiguren-Camper, würde ich mal sagen. Acht-Noppen-Format, Alkoven. Und da ich selber so ein Ding besitze, meiner ist eigentlich komplett weiß, nicht so rot-weiß wie dieser hier, finde ich das natürlich sehr, sehr cool. 924 Teile. Kann aktuell in China erworben werden, ab 30 Euro, 3,2 Cent pro Teil. Und ja, ist alles dabei. TGL, glaube ich, schafft immer ohne Minifiguren. Also, ich glaube, da sind auch keine mit dabei. Das ist also eher dafür gedacht, denke ich, dass man das mit Lego-Figuren ergänzt. Dann haben wir noch ein weiteres Notre-Dame. Gott, ich weiß gar nicht, wie viel Notre-Dame wir mittlerweile haben. Von den verschiedensten Herstellern von Lego, von Wange, haben schon Notre-Dames gemacht. TGL ist jetzt auch im Geschäft mit der 2106. Da ist auch noch ein Leuchtstein mit dabei. Das können wir auch gerade noch mal kurz nachtragen. Und ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist so von der Größe her vielleicht, ja, ist schon kleiner als das Ding von Lego, würde ich mal sagen. Das ist schon wirklich relativ wenig, ne? Das sind 16 mal 32 Noppen, aber wir können trotzdem das Dach abnehmen. Wie gesagt, innen drin sind Leuchtsteine. Und ja, zumindest auf diesen Bildern funktioniert das für mich eigentlich ganz gut. 18 mal 25,5 Zentimeter und 22 Zentimeter hoch. Dann haben sie ein Piratenschiff, ebenfalls mit Beleuchtung. Ja gut, also ein Piratenschiff. Wer sich ein bisschen, so ein gewisses maritimes Interesse hat, kann damit sicherlich nicht so viel anfangen. Und für Kinder ist es vielleicht ein bisschen klein. Das Ding ist nur 25 Zentimeter lang, 12 breit, 21 hoch. Ja, bin mir nicht ganz sicher, was die Zielgruppe ist. Ich glaube schon, es ist für Kinder gedacht. Es ist halt sehr comichaft mit irgendwelchen wilden Harpungeschichten und Rettungsringen an der Seite. Ich weiß auch nicht so genau. Ist schon ein sehr spezielles Design. Aber ja, wer mal ein kleines Piratenschiff für Kinder sucht, der könnte ja Spaß haben. Und dann gibt es noch die Flying Dutchman. Gleiche Geschichte, auch wieder mit einem Leuchtstein 21,41. Mit immerhin 2.159 Teilen. Also das ist schon ein ganz schöner Oschi. Und sieht eigentlich auch ganz witzig aus. Ist von den Farben her auch wieder sehr poppig. Aber mein Gott, es ist ein Geisterschiff. Das kann man dann ruhig mal so ein bisschen kreativ sich ausleben. Das Ding ist extrem günstig. Momentan bei Weir, wenn ich es hier richtig sehe, 50 Euro. Muss man mal gucken. Kann sein, dass die ZDB es da nicht geschafft hat, den Versand korrekt mit einzurechnen. Also, here we go. 2 Piratenschiffe von TGL. Damit wären wir durch mit Setupdates aus der ZDB. Jetzt kommen wir noch zu 2 Leseempfehlungen. Einmal hat der Christian sich für uns die Betthöhle angeschaut von Lego, die 76252. Er hat auch jetzt noch einen Artikel geschrieben zur Beleuchtung für das Set. Ich glaube, er hat ein Light-Tailing-Kit da eingebaut. Das wird noch ein bisschen dauern. Generell, ich habe gerade ein bisschen erwartet, da nicht zu viele schriftliche Reviews in den nächsten 2 Wochen auf der Seite. Wir sind ein bisschen hinten dran. Ich habe gerade zu viel um die Ohren. Aber keine Sorge, ich glaube, ich habe allein schon 4 Community-Reviews, die gerade darauf warten, dass ich daran arbeite. Und wir selber hier haben auch noch mehrere Sets in Arbeit. Also, da wird wieder mehr kommen. Wer gerne auch mal was lesen mag. So oder so, ein sehr umfangreiches Review aus Sicht eines Community-Mitglieds. Aus meiner Sicht immer eine ganz feine Sache. Traut nie den Influencern, traut nur Leuten aus der Community. Sei es drum. Christian hat sich recht umfangreich mit der Betthöhle beschäftigt. Und dann haben wir vom Schaukler ein Review. Auch das vielleicht ganz interessant. Ich habe das Set ja schon mal auf dem Tisch gehabt für eine Videorezension. Wer mal vielleicht der Meinung ist, ich war zu streng oder zu easy mit dem Set. Gibt es jetzt nochmal eine zweite Perspektive bei uns auf der Seite. Die 9024. Die Medieval Apothecary oder der Medieval Apothecary Shop von Funhole. Also auch hier schauklertypisch ein sehr detailliertes Review von Figuren, von Elektrik, von dem eigentlichen Set, dem Aufbau. Hier sind all die Details drin, die wahrscheinlich aus so einem Video dann auch immer nicht so ganz so einfach rauszulesen sind. Und dann wären wir damit auch schon durch. Wie gesagt, da ist gerade ein bisschen weniger, aber keine Sorge, das wird wieder mehr. Und kommen wir zu dem Mox der Woche. Und da haben wir einen sehr coolen Micro-Build, wie ich finde, von einer Republic Frigate on Felucia von Beaten Bricks. Es ist 586 Teile und ja, ich finde es super cool gelungen. Felucia ist sicherlich ein super spannender Planet, auf den ich auch richtig Bock hätte. Die Idee hier, wie man schon sehen kann, maßstabsmäßig soll das so ein bisschen zum Veneta von Lego passen. Ich finde aber auch den ganzen Entwurf super cool. Felucia ja immer nicht einfach darzustellen, diese ganze Pflanzenwelt. Und finde es aber persönlich hier sehr, sehr cool, sehr schick. Felucia haben wir nur, also das hat sicherlich in Clone Wars öfters mal eine Rolle gespielt. Ich glaube, das war auch die Folge, wo Ahsoka nicht auf ihre Befehle gehört hat. Und danach in die Bibliothek verbannt wurde und dort irgendwie Spaß mit Cat Bane hatte. Aber es ist natürlich vor allem auch was zu sehen am Ende von Episode 3, wo Order 66 ausgeführt wurde. Da sah man ja das Ding ganz kurz. Und vor allen Dingen dieses farbig, sehr poppige, das konnte ja Clone Wars nie rüberbringen, weil Clone Wars ja doch einen sehr ausgewaschenen Look hat. Aber dieses extrem knallig, farbig, bunte, das konnte man eben recht gut sehen in Episode 3. Sehr cooler Mock auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu einer Karte von A.D. Gavsky. 794 Teile hat hier diese Karte. Und ja, die hat eben einfach eine sehr überschauerbare Größe. Generell Karten ist natürlich etwas, was wir immer wieder sehen als Mock. Und gerade Mittelerde ist wahrscheinlich mit die Karte, die am häufigsten schon in irgendeiner Mock-Form zu sehen war. Das Ding ist, diese werden halt oft sehr groß gemacht. Wir haben auch schon sehr coole Lego Ideas Entries gehabt. Da reden wir aber schnell eben so, ja, Kommando 5.000, 6.000 Teile. Und das hier ist eben doch sehr viel überschaubarer. Wer also dazu mal Lust hat, wie man sieht, ist das hier auch in echt gebaut worden. Und dann Gabison, das ist mir vielleicht ein genereller Hinweis. Ich glaube, ich habe schon mal ein, zwei davon gezeigt. Ist gerade weiter dabei, diese Winter Village Milzplatten zu bauen, auf die man dann die Sets aufsetzen kann. Soweit ich das sagen kann, relativ unverändert. Wer also hier sein Winter Village da mal ein bisschen mehr Struktur reinbringen will, ist das, glaube ich, eine ziemlich coole Geschichte. Jetzt konkret der Mock, den ich jetzt mal für heute rausgesucht habe, war nämlich für sogar zwei Sets. Da muss ich jetzt gerade mal gucken. Ah, der Winter Snowball Fight ist da mit drin. Aber auch der Ice Skating Ring. Das ist tatsächlich diese Eiskunst, das Eiskunst-GWP ist tatsächlich eins, das ich sogar mal auf dem Tisch hatte. Habe ich noch nicht so oft gemacht. Aber es gab mal, als ich mit dem Kanal hier angefangen habe, habe ich auch mal ab und zu GWPs auf den Tisch geholt. Mache ich heute nicht mehr. Aber insofern, wenn euch das noch interessiert, wenn ihr das Ding irgendwo bekommen könnt, ist eigentlich ein sehr hübsches Set. Hat mir damals gut gefallen. Und lässt sich dann eben hier, wie von Gabison vorgeschlagen, in ein Milzsystem einbringen. Und dann haben wir den EAC, Heavy Fighter von Iron Man, 4391 Teile. Soweit ich das sagen kann, ist das ein originäres Design. Das hat keine direkte popkulturelle Referenz. Er schreibt hier aber, er hat sich da ein bisschen inspirieren lassen von Star Wars, Mass Effect, Star Citizen, Halo, Star Trek. Ich hätte persönlich jetzt mal gesagt, für mich sieht das ein bisschen so, das hat ein Mass Effect, Nominee-Effekt-Optik, aber auch Star Citizen. Also ich vermute mal, die Designs, an die erinnert es mich auf jeden Fall am meisten. Und es sieht schon sehr, sehr cool aus. Okay, dieses mit dem Licht, das sind jetzt nur Render-Bilder. Es ist generell alles nur gerendert. Das ist immer so eine Sache, wie stabil ist das Ding? Es ist ja doch eine recht flache Flunder, recht komplex im Aufbau. Wenn man dann nur Render-Bilder hat, dann müsste man mal checken, wie stabil das dann am Ende alles ist. Aber es sieht auf jeden Fall, wie ich finde, sehr, sehr schick aus. Cooler Mock, aber nicht ganz klein. Und dann haben wir von Alolex 1, das Stackable Hotel, Modular Skyscraper Building. Skyscraper mit nur vier Stockwerken. Mag man denken, oh, das ist aber nicht so doll. Aber eben der Name ist Programm. Die Idee ist hier natürlich, dass man, wenn man will, auch 20 aufeinander aufsetzen kann. Es hat keinen zentralen Kern. Wie sonst auch viele Mock-Designer in dem Umfeld machen. Also wenn man so auf einen Meter Höhe oder mehr will gehen, ist es nicht ganz doof, in der Mitte vielleicht mal was auch mit Technik so hochzuziehen. Sondern das ist wirklich wie ein Modular. Das steht immer komplett auf den Außenwänden. Das kriegt man aber auch ziemlich hochgetrieben. Man darf es halt da nicht von der Seite anstupsen. Dann wird es irgendwann gefährlich. Aber sehr coole Idee auf jeden Fall. Rein von der Anleitung her ist ein gutes Detail im Erdgeschoss drin. Und bei den Obergeschossen ist dann die Idee, dass man da entsprechend selber noch nachlegt. Ist, glaube ich, ja, man könnte sagen Hotel, könnte sagen Apartment Building. Findest auf jeden Fall eine recht coole Idee. Und eine hübsche Vorlage für vielleicht, wer sich da noch nicht so herangetraut hat, wer aber in der eigenen Klimbausteinstadt da mal Gas geben will. Das Schöne ist natürlich dann eben diese mittleren Stockwerke. Dann hat man das irgendwann drauf, kann sich die Teile auch in Massen bestellen. Und dann immer, wenn man coole Ideen hat oder vielleicht interiös von Lego-Sets da rein integrieren will. Wir haben doch einen ITS Central Perk, dann machen wir das da noch rein. Oder irgendwie solche Geschichten. Da sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Und dann haben wir, das habe ich jetzt hier nicht so oft in den Mox der Woche, mal wieder ein 8-Noppen-Auto von Toms8whites. Ein cooler Account. Und man sieht schon anhand des Nicknames, auf was sich dieser Designer spezialisiert hat. Und ja, ich finde hier der Camaro. Das ist ein Chevrolet Camaro SS Custom von 1969. Sieht einfach sehr cool aus. Ist, wie ich finde, sehr schön geworden. Die Proportionen. Ich finde, da kommt der Muzzle Car Vibe so richtig durch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde auch hier das Farbenensemble von Dunkelrot und Weiß auch sehr, sehr schick. Aber vor allem, wie gut es geworden ist. Ist eigentlich eine total simple Bautechnik. Aber gerade die doch sehr ikonische Front des Camaro ist, wie ich finde, hier sehr schön gelungen. Und dann haben wir ein Community Courtyard bei Rebel Neely. Das ist ein Modular. 3206 Teile. Klar, komplett Custom Modular. Immer so eine Sache. Ist ja doch nicht ganz einfach, sich da alle Teile zu besorgen. Ich persönlich bin da eher so ein Alternate-Bild-Fan. Aber auch das hier gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Hat sehr schöne Details im Inneren. Sehr, sehr detailliert. Es wurde auch richtig tief in die Lego-Druckkiste gegriffen. Und da mit so einem kleinen Waschsalon mit dabei. Und dann ist das hier vielleicht so ein Uhrenladen oder so etwas. Also da ist wirklich viel geboten. Da wird gewohnt. Da wird gearbeitet. Da wird gewaschen. Finde ich eine sehr hübsche Geschichte. Und wie gesagt, vom Detailgrad eigentlich genau das, was man eigentlich von einem Modular heutzutage erwarten würde. Was aber, weiß Gott, viele ja schnell nicht auf die Kette kriegen. Und dann kommen wir zum großen Gatehouse Castle in Brittany Part 1 von Brickinger. 14.562 Teile. Jupp, hier wird es mal wieder schneidig. Und ja, es ist ein sehr großer, sehr massiver Bild, der damit aber auch eben genau die Größe und den Bombast hat, den man hier erwarten würde. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Doch das sind alles auch nur Ränderbilder. Wurde vielleicht noch nicht in echt gebaut. Aber das Ding ist so massiv, dass ich davon ausgehe, das ist kein Problem. Das sollte sich auch in der Realität sehr gut bauen lassen. Farbenensemble mit dem Sandgreen und dann auch dem Weiß oder Light Blue Scraise wahrscheinlich. Bin mir nicht ganz sicher. Aber das kann man ja auch noch selber anpassen, wenn man mag. Mir, ich weiß nicht so genau, schreibt mir, was ihr so denkt. Aber ich finde, für mich funktioniert das Farbenensemble von der Grundmauer noch nicht so ganz. Das kann aber auch an dem Ränder hier liegen, dass das ein bisschen zu poppig wirkt oder diese Farbunterschiede wirken zu stark im Kontrast. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Snot-Bautechnik, um hier die Rundung hinzubekommen. Das sieht richtig gut aus. Ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn ein Design so groß ist, weil natürlich dann der, die Krümmung ist natürlich dann nicht so extrem. Und ja, bin sehr gespannt, was Brickian noch hier noch bringen wird. Denn, wie gesagt, das ist ja nur der erste Teil. Das ist ja mal nur das Gatehouse. Und dann haben wir vom Merrim Brick Design. Das ist jetzt ein komplettes Paket. Man kann das auch selber kaufen. Wer Bock hat auf D&D Vampire Style, also eine hübsche Halloween angepasste Heimat, sucht für die neuen D&D Minifiguren, kann hier für 10 Euro eine Anleitung bekommen, für 1437 Teile, für das Lego Vampire Furniture Full Pack Halloween Medieval D&D Scenery Props. Also ja, es ist eine Menge Zeugs rund um Vampire und Halloween. Und wir hatten ja gerade wieder so einen kleinen Fright Night in der, ich glaube, der war gar nicht in der D&D Minifiguren-Sammelserie, sondern der war in der normalen Minifiguren-Sammelserie von diesem Jahr. Und ich würde sagen, das hier passt sehr, sehr gut. Natürlich darf die große Orgel nicht fehlen. Ist ja klar. Und ja, alles mal super hübsches Konzept. Wie gesagt, die Sachen kann man auch allein zu kaufen. Und wer dann von Wii 100 Bricks vielleicht mal eher in Richtung Star Wars was haben möchte, wir haben hier, wie ich finde, sehr, sehr cooles Diorama mit 3.850 Teile. Acht Pfund will er für die Anleitung haben für die Schlacht von Hoth. Und zwar im, ja, als Micro-Build ist trotzdem ziemlich große Oshie. Es werden dann aber auch Sachen im Minifiguren-Maßstab eingesetzt. Nee, Quatsch, das ist gar nicht ein Micro. Das ist Minifiguren-Maßstab. Bin mir gerade nicht sicher, welchen AT-AT er drin hat. Okay, er hat hier die 75288 als AT-AT drin, also das letzte AT-AT-Spielset. Und 75268 Snowspeeder. Und hat dazu jetzt eben passend dieses Diorama. Wir können da massig Minifiguren einsetzen. Snow Trooper hatten wir ja im Battle Pack. Die Snow Trooper lassen sich auch immer noch relativ günstig auf Rebrickable kaufen. Ich habe davon, ehrlich gesagt, 40 Stück, weil ich die umbauen möchte zu Galactic Marines. Aber insofern, ich glaube, das sollte noch einigermaßen möglich sein. Tendenziell ist der Mock vielleicht ein bisschen spät. Vor allen Dingen auf der Rebel Trooper-Seite könnte es anstrengend werden. Da gab es ja diesen Blister, der Lego-exklusiv war. Also ich nenne es jetzt mal das Rebel-Battle Pack. Und das ist aber jetzt alles schon ein bisschen länger EOL. Nichtsdestotrotz, wer damals ordentlich zugeschlagen hat, ordentlich Zeug eingekauft hat und vielleicht immer die Idee hatte, selber einen Horst-Mock sich zu versuchen. Ich glaube, das hier ist ein richtig guter Startpunkt. Ziemlich cool. Und dann haben wir ein Bad Gateway von Cloudflare. Okay. Scheinbar ist Rebrickable kaputt. Gut. Also, dann würde ich sagen, beschließen wir. Beschließen wir. Jetzt machen wir dieses hässliche Bild mal weg. Leider ist die Rebrickable-Seite jetzt kaputt. Deswegen, ihr seht schon, ich mache das hier alles live. Gehen wir zurück zu meiner Seite. Die funktioniert nämlich, weil sie nicht auf Cloudflare läuft. Und beschließen die News-Sendung für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierher zugehört und zugeschaut habt. Die restlichen Mocks, über die ich jetzt nicht mehr reden kann, werde ich trotzdem noch in der Videobeschreibung verlinken. Schaut sie euch einfach selber an und denkt euch, was ich vielleicht dazu gesagt haben kann. Wie immer würde ich mich riesig freuen. Egal, wo ihr das hier seht oder hört. Liken, kommentieren, subscriben, raten, folgen. Egal, es heißt überall anders. Ich nehme es alles gerne. Und last but not least, würde mich auch riesig freuen. Ihr habt das schon gesehen. Ich habe es heute wieder ein, zwei Mal gemacht. Wenn ihr in der ZTB solche Daten, fehlende Daten seht oder fehlerhafte Daten, einfach das Formular aufmachen und zack, mir schicken. Das ist für mich die einfachste Art, das zu verarbeiten. Oder was ihr auch machen könnt, wenn ihr eins der ganzen Sets oder irgendeine andere Sets gebaut habt, zum Beispiel den Clownfish, dann einfach hier oben auf den Rate-Button klicken. Und wenn ihr das Set gebaut habt, dann einfach ein bis zehn Sterne vergeben. und dann sobald die ZTB ein gewisses Quorum hat. Ich glaube, ab drei Reviews wird das dann eben auch veröffentlicht. Und wie ich immer wieder gerne sage, die Information oder die Einschätzung aus der Community ist das Beste, was man haben kann, um eine realistische Einschätzung zu bekommen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören beziehungsweise fürs Zuschauen. Vielen Dank.